Hey Freunde, herzlich willkommen auf Karlchenknack. In der heutigen Folge seht ihr den Gefängnisausbruch. Viel Spaß. Immer schön die Zähne putzen. Nach links, rechts. Kuno, bist du Bett fertig? Ja, Mama. So, jetzt aber schnell ins Bett. So. Zeit zum Schlafen. Na Kuno, bist du bereit für deine Gute-Nacht-Geschichte? Ja, Mama, bin ich. Denn in Ordnung, es war einmal vor langer, langer Zeit ein kleiner Bankräuber. Der hat das gesamte Gold geklaut. Und wenn er nicht gestorben ist, dann klaut er noch heute. Das war eine tolle Geschichte, Mama. Gute Nacht. Gute Nacht, mein Liebling. Schlaf schön. Okay, die Luft ist rein. Dann kannst du jetzt gleich losgehen. Jetzt muss ich nur noch auf Papi warten. Ich bin nur schon da. Hä? Kam das etwa aus der Truhe? Überraschung. Wow, wie cool. Na, mein Großer, bist du bereit für Papi-Sohn-Zeit? Oh ja, wo geht's heute hin, Papa? Na, was glaubst du denn? Komm mit. Worauf wartest du noch? Komm schon. Bin ich schon da. Na komm, Kuno, ich helf dir. Bin ich schon drüben? Hey, Kuno, warte auf mich. Sieht gut aus, die Luft ist rein. Okay, Kuno, es ist soweit. Bist du bereit für den Banküberfall? Ja, los geht's. Okay. Kuno, wo bleibst du? Komm schon, Papi. Okay, wir steigen wieder von oben ein. Los, steige auf mein Rücken und ab nach oben. Hopp, hopp, hopp. Und hinterher. Hopp, hopp. Nur oben. Kannst du kommen, Papi? Und geschafft. Gut, dann wollen wir mal keine Zeit verlieren. Hier, Kuno, heute darfst du dich abseilen. Was? Wirklich? Wie cool. Und los, bis gleich, Papi. Ui. Oh, langsam, langsam, langsam. Stopp, Papi. Ja, mir bestimmt Laser. Bei denen gehen wir schon auf den Grund. Dachte ich's mir doch. Okay, ich muss jetzt die Alarmalage ausschalten. Papi, ich schwing mich vor und zurück. Alles klar. Ui, ui, ui. Fast. Wow. Oh, genau wie Papi. Hat's geklappt? Papi, kannst kommen? Bin schon da. Na, dann wollen wir mal gleich zum Safe. So, da ist der Safe. Kuno, wenn ich um das Dynamit bitten dürfte. Immer natürlich, Papi. Hier ist es. So. Deckung. Sehr schön. Da wollen wir mit dem Maus holen. So, jetzt, wo das Safe leer ist, können wir mit unserer Beute schön abhauen. Und? Oh, oh. Das klang nicht gut. Das war doch nicht etwa ein... Oh, nein. Das war eine Trittfalle. Und was heißt das, Papi? Das heißt, leider, es will Schwierigkeiten stecken. Hier, Kuno. Halt den mal. Nun, Papi, was soll ich damit? Du, mein lieber Kuno, haust jetzt ab und bringst dich in Sicherheit. Was? Nein, Papi. Ich lass dich nicht allein. Nun doch, junger Mann. Zu zweit schaffen wir es nicht mehr abzuhauen. Also, beeil dich und hol schnell Hilfe. Hol Mama oder Opa, ja? Okay, Papi, ich werd Hilfe und so schnell ich kann. Na, dann mal los. In Ordnung, Papi. Ich muss mich schnell in Sicherheit bringen. Hier, in den Busch. Hier findet mich keiner so schnell. Hier ist es. Er kann noch nicht weit sein. Na, Leute, habt ihr mich vermisst? War ja klar, dass du die Bank überfällst, Karlchen. Im Namen des Gesetzes bist du hiermit verhaftet. Oh, Mann, muss das sein? Natürlich muss das sein, Karlchen. Und nun ab und das Auto mit uns. Und auf zur Polizeistation. Oh, nein, Papi. Das sieht gar nicht gut aus. Mann, Leute, was mach ich jetzt nur? Soll ich lieber hinterher rennen? Oder soll ich lieber meine Mama holen? Was sagt ihr? Schreibt eure Meinung nochmal in die Kommentare. Und wenn ihr unbedingt wissen wollt, wie es weitergeht, dann klickt hier oben auf das Karlchen-Log und abonniert den Kanal. Und hier drüben gibt es noch zwei weitere Abenteuer, die ihr euch gerne mal anschauen könnt. Ich muss jetzt erstmal Hilfe holen. Also, bis zum nächsten Mal.